Liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen im Jahr 2019! Die Bundesspitze hat auf ihrer Klausur in Frankfurt-Oder gesagt, lasst uns den Osten rocken. Und genau das haben wir mit euch da draußen 2019 hier in Sachsen vor. Noch nie waren wir so viele Mitglieder, über 1900. Noch nie haben so viele parteilose Menschen dieses Bundeslands auf unseren Listen kandidiert. Denn wir werden in den nächsten Wochen und Monaten unsere Direktkandidatin für die Landtagswahl, unsere Listen für die Kommunal- und die Landtagswahlen und die Gemeinderatswahlen aufstellen. Zusammen mit euch wollen wir mit unbändlicher Leidenschaft und Optimismus für das andere Sachsen streiten und den Osten rocken.